Lalalala Das reicht aber nicht mit dem Zäun Und wozu ich das Living World mache, das brauchen wir halt für die Runen zum Herstellen Runen Und ich glaub 4,5-6 reichen Weiß ich nicht Einfach machen, einfach machen Man kann nie genug haben Ja Was ich jetzt erstelle, Holz 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 Ich mach ein Living World Achso Deswegen sind Baumfarben ja ganz lustig Die laufen einfach, die machen dir einfach Holz Ich weiß halt nicht, wie ich das dann noch machen soll Wenn das halt mit der komischen Uhr nicht so richtig funktioniert, dann ist das scheiße Aber die Uhr funktioniert da oder nicht? Und wenn die sich dreht, dann baut er nicht ab Okay Aber was, was nicht abbaut Er braucht halt immer so'n Wett zum Tick Immer 60 Sekunden Was soll der denn ab-, oder wer soll was abbauen? Der Activator oder was Kann der Haupt abbauen? Nicht der Aquios accumulator, ähm der Autoding Und schlafen Da, 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 da Ja, weiß, was du meinst Das Ja hier Der autonomos activator, der kann er, wenn du da ne Spitzsack oder so rein tust Kann er das denn mit einem Klick machen? Bei ihm funktioniert das ja halt. Geh jetzt mal schlafen. Daher. Hm? Geh jetzt mal schlafen. Nein. Doch. Nein. Du! Für dich nicht. Doch. Für mich schon. Für mich gehst du gerne schlafen. Aber du hast doch schlafen. War ich gar nicht. Lück doch nicht. Ja, aber wie gesagt. Yooka Lady Alters bringt so Bock das Spiel. Kann ich glaube ich mal. Nachdem ich endlich geschafft habe Spyro wieder. Den Spielstall wieder herzustellen. Weil ich ja geschafft habe den zu löschen. Wie auch immer. Habe ich dann halt auch ordentlich aufgenommen. Und solche Projekte halt wie gesagt. Dann auch so immer so. Über 20 Minuten. Kannst du ja auch damit länger aufhören. Aber auf jeden Fall mehr als 15 Minuten. Und. Ja. Halt wie weit ich gerade komme. Dann cutte ich. Manchmal achte ich nicht auf die Uhr. Und. Oh. Schon wieder über 20 Minuten. Das ist aber normal. Weil du dann im Spielfluss bist. Und dann dachte ich die letzte Aufnahme die ich dann gemacht habe. Hm. Jetzt bist du bei 25 Minuten. Lück so gut. Zu 10. Dann lässt du die Aufnahme halt erstmal laufen. Und dann cuttest du. Habe ich auch mitten in der Aufnahme gesagt. Ich glaube ich habe das genau dann gesagt. Wo ich dann. Bevor ich das schon gecutt hatte. Also wo ich das schon gecutt hatte. Das ist natürlich bad. Das ist ja egal. Finde ich. Du musst doch schon richtig cutten. Ach das ist egal. Naja. Ist nicht egal. Was so. Ist einfach egal ey. Hauptsache es kommt Folgen. 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 Machen wir schon mal eine Schrägverbindung hier runter. Und dann müssen wir gleich noch bei Cent aus seiner Tierfarm da auch noch eine Verbindung hinmachen. Dann haben wir schon wie man verdienen will mit Kurzverbindung da schaffen. So. Jetzt habe ich gar keinen Ort mehr hier. Hm. Wie vorhin schon erwähnt. Was ich zu dir meine. Dann habe ich die ganzen Titel Dinger geändert. Wieder bei mir. Anders angeordnet. Weil du lange weiter hast. Dann habe ich das mit den Playlisten mit abgeschlossen und so auch nochmal die Rennfolge geändert. Was ich da vor allem noch gemacht habe. Nochmal eine Playlist erstellt. Für alle Videos. Also für die ganzen Playlisten. Eheweils das erste Video reingepackt. Da ist tatsächlich glaube ich eine halbe Stunde dran. Ja. Gut. Du kannst auch alle Plays öffnen. Und dann öffnest du das Video einmal und kannst ja wieder neue hinzufügen. Ja. So habe ich es auch gemacht. Vor allem dann gucke ich so zum Tweetdeck. Scheiße. Der postet das die ganze Zeit. Geil. Zu Playlisten zugefügt. Zu Playlisten zugefügt. Zu Playlisten zugefügt. Ne ne ne. Da habe ich das noch deaktiviert. Dass das nicht genervt hat. Tweetdeck. Vollspam. Bisschen lustig. Nicht runterfallen. Und dann muss ich halt immer noch so ein bisschen die Beschreibung ändern. Bei manchen Dingern. Habe ich schon bei einiges gemacht. Da hing ich auch ne ganze Weile dran. Weil ich natürlich geschafft habe. Ich wollte von. Skypear. Die ganze Beschreibung auf einen Ding nochmal ändern. Was mache ich? Ich markiere natürlich komplett alles. Geil. Von alles wurde zu Skypear Beschreibung. Geil. Ja. Und dann speichern. Und ich dachte halt. Dass er nur die gleichen Projekte jetzt markiert. Nein. Er hat komplett alles genommen. GG. Den größteilen habe ich halt aber schon wieder zurückgesetzt. Ah ok. Das Problem war ja. Die Platte die mir mal abgeschmiert ist. Sehr sehr. Da waren natürlich die ganzen Videobeschreibungen schön drauf gespeichert. Deswegen erschafft man sich einen Ordner wo die ganzen Videobeschreibungen einmal drin sind. Hm? Deswegen erschafft man sich einen Ordner wo alle Videobeschreibungen einmal drin sind. Hab ich ja. Hab ich dir das nicht gerade gesagt? Ja aber das war ja auf deinen alten Festwert. Hattest du auch. Ja du hattest das. Ja und ich hab nicht mehr dran gedacht das nochmal wieder zu machen. Das ist blöd. Was ist denn los hier? Da waren auch von den meisten die ganzen Tags mit drauf aber die Tags sind dann gleich geblieben. Hab ich ja zum Glück nicht gemacht. Ich würde sagen hast du ja standardmäßige Tags eigentlich drin. Ja. Ja. Das geht schneller. Der Filler der übertreibt. 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 Ich übertreibs nicht. Doch. Oh mein Gott. So. Wie viel haben wir denn gleich da? Mal gucken. Gleich. Wenn ich hier den Rest mitgebaut hab. Dann können wir gucken wie viel Livingwood wir haben. Livingwood. Wood. Wood. Ich weiß auch wie wir was haben. Hey. 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 Wie schnell man sich dran gewöhnt dass man es sich jetzt auf den Ohren hört. Voll esslich. Ich könnte das nicht. Dachte ich jetzt auch. Aber du gewöhnt sich dran. Oh mein Gott. Du sprichst ja mit dir selber. Ja. Hey. Wie geht's dir? Gut. Und dir? Hm. Mir geht's auch gut. Fast 4 Stacks Livingwood. Hast du eigentlich Langeweile da hinten? Wieso? Ja. Weiß ich nicht. Ich frag ja nur. Der Langeweile da hinten hast. Nö. Ich muss das für die Runen machen. Dann. So. 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 Ah. Fuck. Ne. Oh ja. Jetzt hab ich Zäune mit. Mal gucken. Die werden glaube ich nicht reichen. Nein. Zäune. Zäune. Ja. Zäune. Plattform ist fertig. Okay. Okay. Zwei. 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 oh ich setzte hier noch Licht hin und dann passt das Move an. Ich glaube dass das sind keine kleinen Plattformen, das sind nur noch Gigantische Plattformen die die formaatiyor. Was sie damals nur für so eine kleine Plattform hatten. Zummal kurz Exentino bisschen Oh Guck mal! Da können wir seh grad noch 8 herstellen Wir bauen ein bisschen da an. No Marge jetzt brauchst du ne fucking Insel nur für den fucking Turm! damit du da das nächste projekt reinballern kannst auf kraft für eine botanien soll jetzt haben wir botanien so eine dicke fette oh mein gott reicht es reicht ich habe genau so viele zäune gehabt wie ich in den ganzen kisten hatte ist natürlich nice das war neister scheiße ich kenne es muss man sein auf die welt muss ich jetzt den hinsetzen damit er den auch immer kriegt so einmal zwei davor dann stellen wir die runde her das was davon davon wenn es davon natürlich gleich wieder falsch gemacht gehabt und jetzt den hirn setzen die kriegt er natürlich nicht aber ja klar würde ich sagen einmal so zack zu früh gesetzt und den hier zack die Ecke auch noch jetzt soll ich noch ein R reingehen vor allem die portale geht mache ich erst mal die iron herstellung das geht schneller jetzt nein nein natürlich living work getan das finde ich immer echt gut guti 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 vielleicht keine fackel mehr fackel mehr ausmachen dann mal auf damit so zwei von den runen davon 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 aha also kannst du den auch platzieren das ist gut dann brauchst du nicht raus springen und dann noch runter plappen lassen und ich brauche mal zwei in der stelle wenn ich jetzt mal gelegt er mache dann ist die wieder ok aber ist einfacher strecken recken ausdehnung streckige verricker ich brauche doch einen davon also zwei stück alle tanks sind leer alle tanks sind leer alle alle tanks sind leer wollen die wieder mal sich füllen jetzt komplett einmal was meinst du hm sollen die tanks sich einmal komplett füllen welche tanks die lava tanks bei dir was willst du damit ist doch nur erstmal obsidian da stehen ja für was für was für was so viel obsidian weißt du nicht haben genau das ist haben warum keine ahnung ich glaube für einige sachen braucht man noch ordentlich obsidian ich weiß es kann nicht was das war irgendetwas war das aber keine ahnung das wird ja schon übertrieben viel schlafen schlafen können wir gerne machen vielleicht brauchen wir nicht mehr schlafen genauer du brauchst sie wegen den sonnenpflanzen ich brauche nicht mehr schlafen ich brauche nicht mehr schlafen ich brauche nicht mehr schlafen plattform ist zu 99% 95% ausgeleuchtet mal die schlafen die schlafen die schlafen die schlafen was vor ich habe eben so wird erwarten und pizze von kubborn bestehen zwei zombies ein küber und alle drei nein nein Nein, 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 nein. Das sieht so behindert aus. So, wir haben erstmal... 11. Und den Wind wurden. Äh, Wasser wurden meine ich. Feuer wurden. Dafür brauchen wir die Netherwarzen. 2, 2, 3, 4, 5. Netherwarzen. Netherwitch. auch ein stück haben wir was 1 2 3 ich wollte nicht bewundet also der cage mit holzer voll mit 40.000 zu noch 20 drinnen Man braucht halt zu viel manchmal Keine Ahnung, 1,2,3